Runenkrieger, zu mir! Vorsicht, Gegner! Eure Gegenwehr ist vergebens! Ein feiger Angriff! Das nutzt der Feint natürlich jetzt gerade, dass meine gesamte Armee weg ist. Oder fast meine gesamte Armee weg ist. Geht's los? Geht's los? Was ist? Oh, und an einem beschädigten Monument kann auch nichts ausgebildet werden. Die sollen weggehen! Wo kommen die her? Was ist? Wo kommen die her? Was ist? Schließt so aus, jetzt hätten wir auch eine Samplemung. Schließt so aus, jetzt hätten wir auch eine Samplemung. Was ist? Was ist? Schließt so aus, jetzt hätten wir auch eine Samplemung. Okay, wir gehen jetzt einfach mal zum Gegenangriff rüber. Auf mein Zeichen! Sofort! In die Schlacht! Vorwärts! Sofort! Eure Gegenwehr ist vergebens! Ein ehrloser Hinterhalt! Was ist passiert? Okay, unser Monument ist wieder heil genug, um uns zu produzieren. Nora wird uns rächen! Okay, was haben wir verloren? Eins und zwei. Jaaa! Der Tod ist nur der Anfang! Jaaa! 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 Holz wird jetzt langsam Mangelware! Die Linien dürfen nicht brechen! Verschwindet! Ein ehrloser Hinterhalt! Ein ehrloser Hinterhalt! Und was fehlt jetzt noch? Zwei Hexer! Darf ich töten? Hm! Jaaa! Hau! Hau! Zu euren Diensten! Was wollt ihr? Warf wie? So, haben wir jetzt mal ein bisschen den Wind rausgenommen. Ich hoffe mal, es gibt nichts nicht so schnell wie den Angriff aufs Monument. Nor ist mit uns! Wir sind der Tod! Ups! Auf meinen Befehl! Jaaa! Jaaa! Ach egal! Lasst uns kämpfen! Gebt euren Befehl! Für die Macht Norrs! Wir sind der Tod! Wir sind der Tod! So! Du Umweg da! Folgt mir! Und los! Mir nach! Greifen wir gleich das nächste Lager an. Mir nach! Folgt mir! Haut an! Ein ehrloser Hinterhalt! Ich weiß nicht! Nor wird uns rächen! Jaaa! Ein feiger Angriff! Wo ist meine Keule? Eure Gegenwehr ist vergebens! Ein feiger Angriff! Jaaa! So! Was droppst du denn? Die Katze! Oh! 14er Rune! Oh! Da kommen unsere Kibos endlich wieder an! Auf den St du gegenn! Two! Oka! Jaaa! Ja! Ich tanke jetzt! egy h és teckarchunk.. Eh Data Na, auf mein Zeichen. Vorwärts. Oh, und noch mehr Angriff. Ein Reifer. Ein feiger Angriff. Geht's los? Oh, wir haben einen. Wir haben einmal verloren. Nor wird uns rächen. Sie sind überall. Der Tod ist nur der Anfang. Ein ehrloser Hinterhalt. Ey, was? Sie sind überall. Haut an. Haltet durch, Männer. Verkriegt Schlechlinge. Das finde ich nicht schön. Finde ich an allen Ecken und Enden nicht schön. Ein feiger Angriff. Feindlicher Angriff. Was ist passiert? Schlagt sie zurück. Ein Monument verliert seine Kraft. Lasst uns kämpfen. Ich glaube, ich habe sogar meinen... Habe ich meinen Brug auch verloren? Geht's los? Ihr Haus. Okay, das wird unschön. Für die Macht nur... Gebt euren Befehl. Gebt euren Befehl. Glitzert der Tod. Bereit. Und los. Kämpft, Männer. Für die Ehre. Gebt euren Befehl. Auf mein Kommando, für den Orden. Die Linien dürfen nicht brechen. Bereit, in die Schlacht. Okay, ich muss gucken, dass ich das Lager herrschwüre, bevor sie meine Lager... ...mein Lager zerstören. Wo kommen die her? Eure Gegenwehr ist vergebens. Der Tod ist nur der Anfang. Auf mein Zeichen. Mir nach. Und los. Geht's los? Verstanden. So, erstmal zurück mit euch, während ich gucke, ob wir hier alles, was Gitar ist, geklettert haben. Kämpfer Gareth. Oh, praktisch. Für die Macht Nors. Aber ja, sieht so danach aus, als ob wir jetzt das letzte Gitar-Lager erwischt hätten. Ich versuche sie natürlich alles zu zerstören, was mir gehört. zu den Keulen. Verschwindet. 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 Der Tod ist nur der Anfang. Für die Ehren. Sie besetzen ein Monument. Okay, dann portet du dich mal zum Träumen-Monument. cử. Das ist es. Ich bin mir.